Mit einem kleinen Gitarrenkonzert wurde in der Peter-Ostinov-Schule in Hude die Verleihung eines Gütesiegels gefeiert. Startklar für den Beruf Weser-Ems macht Schule ist der Name der Auszeichnung, die an Bildungseinrichtungen vergeben wird, die sich besonders für die Verknüpfung von Beruf und Schule und gute Organisationsmöglichkeiten einsetzen. Die Huder Schule bekommt schon seit dem Jahr 2002 diese Auszeichnung und darf sie nun bis zum Jahr 2020 weiterhin tragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017